Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch ein super interessante Rezept. Mit diesem Rezept können Sie Ihre Lungen reinigen mit diesem Bananen-Honig-Sirup. Er stoppt den Husten. Dieser Bananen-Honig-Sirup ist ein natürliches Mittel zur Lungenreinigung und bei Infektionen der Atemwege soll helfen. Hilft beim Husten und Bronchitis, stärkt die Immunsysteme und hilft gegen Viren und Bakterien. Wie das geht, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wir nehmen eine oder zwei Bananen, reife Bananen, werden püriert und gießen wir ca. 200 ml gekochtes Wasser über die Banane. Alles zusammen richtig mischen und ca. 15 Minuten stehen lassen. Nach ca. 15-20 Minuten kann man auf ein Sieb, durch ein Sieb die ganze, diese ganze Masse kann man absieben, diese, diese Saft. Schaut euch an, wie ich hier mache. Und danach diese Saft mit nachbelieben, mit Honig versüßen. Honig stärkt die Immunsysteme, ist eine gute Mittel bei Erkältung. Stärkt die Immunsysteme. Honig hat ganz viele, über 200 Minerale und Vitamine. Alles wichtige Nährstoffe, für was unser Körper braucht. Also die beiden Komponenten, dieser Honig mit Bananen, ist ein super, super Mittel für unsere Gesundheit. Bei Erkältungen, bei Grippe, für die Lungen, für Husten, generell, um eine gesunde, für eine gesunde und lange Leben. Schaut euch an, ich habe hier Versus mit einer, zwei Löffel dieser, dieser Sirup und kann man trinken, wie man möchte. Ein Glas, jeden Tag, am Abend, mittags oder nachmittag. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß zum Nachmachen, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß.